Dann kommt es wieder auf der Artipur in diesem Video Türchen Nummer 11 vom Adventskalender. Ja, und dann ist heute in Türchen Nummer 11 eine Matchwinner-Karte mal wieder und zwar Bastian Oktruper Matchwinner von Schalke und eine Klubkarte und zwar FC Augsburg Klubkarte. Ja, und das war es von Türchen Nummer 11, wenn es dir gefällt, dann bis zum nächsten Video. Ciao.